Ja, beim nächsten Produkt, da wundert es mich überhaupt nicht, dass es zum Besten aus unserem Produktsortiment gehört, zum Besten aus dem Katalog, weil es ist so universell einsetzbar. Aber bevor ich hier lange vorredend schwinge, du sitzt schon neben dir, Kathi, und hast es in der Hand. Ich sehe es, es ist eine Lampe. Was kann die denn alles? Es ist eine LED-Lampe, eine LED-Tischlampe. Und Sie sehen sie hier bei uns auf dem Tisch. Ich habe sie auch in der Hand. Und das Schöne ist, man kann sie ganz flexibel einsetzen. Sie ist kabellos. Man braucht jetzt nicht nach einer Steckdose zu schauen, wo kann ich sie hinstellen. Nein, sie ist batteriebetrieben. Es kommen drei AAA-Batterien rein. Und ich kann sie jetzt ganz individuell einsetzen, wo ich möchte. Also auf dem Nachttisch könnte ich sie hinstellen, aber ich kann sie auch in meinen Flur stellen. Ich kann sie überall in der Wohnung hinstellen, wenn ich möchte. Ich könnte sie auch zum Beispiel in den Flur stellen. Und das Spannende an dieser tollen LED-Lampe ist jetzt, dass sie im vorderen Teil auch einen Bewegungssensor hat. Das heißt, ich kann sie ganz normal unten anschalten, wenn ich das möchte, und habe dann dieses wunderschöne warmweiße Licht. Ich kann sie aber auch auf eine Anschaltautomatik schalten, und zwar mit diesem Bewegungssensor. Und dann geht sie, wenn es dunkel ist, automatisch an, sobald jemand an diesem Bewegungssensor vorbeiläuft. Dieser Bewegungssensor hat eine Reichweite von circa vier Metern. Das heißt, sobald da jemand im Dunkeln dann in diesen Radius von dem Bewegungssensor kommt, geht die Lampe an, leuchtet ungefähr für so 25 Sekunden und geht dann automatisch wieder aus. Und das ist natürlich gerade nachts eine schöne Sache, wenn man da so dunkle Ecken hat, wenn man da nicht immer an den Lichtschalter möchte, sondern da geht das Licht dann immer automatisch an. Und das gefällt vielen Zuschauern sehr gut. Die haben die dann schon in der Wohnung positioniert, gerade am Bett natürlich, wenn man nachts auch nochmal auf die Toilette muss. Muss man sich keine Gedanken mehr machen, wo ist der Lichtschalter, sondern ich stehe einfach auf, gehe im Dunkeln raus und mein Licht geht immer automatisch an. Ja und vor allen Dingen, es ist dann nicht so blendend hell, sondern es ist ja schön, dezent. Man sieht es jetzt ja auch hier so im abgedunkelten Studio, so ein bisschen so ein romantisches, kuscheliges Licht, das dann eben halt nachts auch nicht so in den Augen blendet. Deswegen meinte ich, das kann ich mir an wirklich vielen Orten sehr gut vorstellen. Ja, wird universell eingesetzt, können sie überall aufstellen. Also keine lästigen Kabel, dank Batteriebetrieb und ein ganz dezentes, warmweißes Licht. Kann ich deshalb gleich zugreifen, vor allem für 7,51 Euro. In diesem edlen Design sieht ja auch noch unglaublich elegant und schick aus. Genau, das ist es ja, so wie wir es hier haben, als Tischlampe toll, als Nachtlicht fast noch besser. Deswegen NX 51 59 569 jetzt und für 7,51 Euro.